Was ist Easy Degree? Und auf die Idee sind gekommen, weil im Zuge von unserem eigenen Studium, wo wir schon gemerkt haben, dass man den Zugang nicht hat zu anderen Bereichen. Wir sind Marketingstudenten, wenn man für irgendwelche Projekte was Technisches braucht oder Designmäßiges, da kann man nicht einfach irgendwann kontaktieren. Und so habe ich dann die Möglichkeit, dass ich eben dementsprechend einen finde, der man eben bei dem jeweiligen Problem, bei einem spezifischen Problem helfen kann. Was ist euer Traum? Gibt es noch so ein, was gibt es für Träume dabei? Der Traum, der langfristige Traum ist, dass Easy Degree dann, die erste Anlaufstelle ist für alle Studenten und potenziellen Studenten, die wir dann studieren wollen. Also da hat man das gesamte Wissen zentral bekommen. Wer könnte euch da helfen? Netzwerke und Online-Bundemedien. Gehört haben wir nicht unbedingt viel, also haben wir eher... Und die Dream Akademie. Und die Dream Akademie, also haben sie das hier woens audiences zurückfl notebooks sind. Bis zum nächsten Mal.